Okay Leute, lasst uns gehen! Wenn er ein linkes Ohr anflüstert, hätte ich ein Problem. Und zwar ein großes. Wie sind wir hingekommen? Und tretet ihm in den Arsch! Alles voll mit Überwachungsapparaten und Geräten. Geräten. Ich weiß ja, die haben hier drin auch krasse Videospiele. Die haben nur noch VR. Du kannst also nur noch Minispiele spielen. Aber in VR... Dam dam dam... Könnte ich nicht dann technisch gesehen... Kann ich nicht einfach mit Raph in Tarn-Modus gehen und sagen, yes, fuck my life? Außerdem sagt das nicht mehr Spiel. Ich weiß, dass ich hier... Ich weiß, dass ich hier nehm... Ja, der Schoschmann ist wieder gut drauf heute. Ja, gut, macht nix. Ach, 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 ach. Okay, und da ist die... Lalalala... Ja, das war nicht meine Schuld. Was ist hier... Wow! Was ist das für ein merkwürdiger Statuseffekt? Alter, das war merkwürdig. Kurze Zeit auf Eis laufen. Ich hab grad nicht auf die Untertitel geachtet. Hat er grad gesagt, diese Bitch ist immer noch am unheimlichsten? Blödsinn. Das kann ja witzig werden. Baboom! Hier sieht aber weniger aus als beim Vormal. Aua. Ein Dutzend! Er sagt wieder ein Dutzend! Was ist hier jetzt? Da. Heia! Hör mal auf wegzulaufen, Frau! Autsch! Autsch! Jungs! Danke! Reif dich zu, Sack! Oh, jetzt kommt der Scheiß schon wieder! Öhä! Oh, shit! Dreh sich denn alles! Oh, yeah! Gib ihr! Jikes! Okay, sehr gut! Wir leben wieder alle! But! Fuck off, Bitch! Wieso hab ich das Gefühl, dass uns jetzt hier einfach ein Boss-Rush erwartet! Und das könnte ziemlich krank werden! Und das könnte ziemlich krank werden! Eieieieiei! Cool! Ein Weltraum-Gulli! Ich frage mich, wie viel weiter ihr wohl noch hineinmisst! Keine Ahnung, ich geh erst mal in Gulli! Auf jeden Fall cool! Weil ich brauch keine zwei Minen! Juhu! Eher eine Pizza! Gut, wir einen haben wir noch auf Vorrat! Ja, können wir so lassen! Ich glaube an euch, meine Söhne! Ja, da bist du der Einzige! Und was jetzt? Aufzugzeit? Oh, ich würde gerne richtig hören können! Das wäre voll smagsy! Aber kann ich nicht! Also muss ich damit leben! Äh, achso, okay! Ach, du Scheiße! Erstmal die Dinger loswerden! Schön außer Distanz-Snipern! Während die Jungs vorlaufen! Cool, ich kann aber mit dem Ding sehen, wo... Hier, sag schnell! Wo die... Wo die... Die Dings ist! Oh, ich kann nicht reden gerade! Wo die Kameras hinschauen! So! Worte! Worte schwer heute! Baderbomb! Ich finde den Feuerregen cool! Kein Respekt vor der Technik! Ich gehe hier jetzt schiefen, als wie nichts Gutes! Und ich laufe schon wieder auf Luft! Hier ist doch wieder ein Boss! Lass mich raten, Rocksteady! What the fuck, Slash? Oh, nee! Ich fasse diese Gehirnwäsche an dem armen Kerl nicht! Dafür wird der alte Blechkopf zahlen! Wir lassen ihn alle dafür zahlen! Oh, shit! Ja, das wollte ich eigentlich nicht! Hier, ab den! Subodora! Yes! Kip ihm! Ah, shit! Das macht krass... Wow! Netter Damage. Aber sie halten, glaube ich, ja weniger aus jetzt in der Form. Ich meine, ist klar, dass sie jetzt hier nicht super volle Energie hätten, wäre ja auch ein bisschen... Au, au! Allerdings ist Slash immer noch ein Monster. Fuck off! Alter, Slash! Gib's mir! Slash-müde, Slash-schlafen! Yeah! Neiße, Scheiße! Okay, das funktioniert auch. Ich hab was geblockt, keine Ahnung was, aber ich hab's getan. Aua! Aua! Okay. Ich treffe immer, sagte er, während er daneben schmeißt. So, du bist weg. Du Schwein bist auch jetzt mal weg. Ruhe! Aua! Aua! Sehr schön, er ist gerade auf den Köder gegangen. Hat ihm nur nichts gebracht. Zing! Au! Aua! noch ein boss kann ja noch witzig werden die heute johnny wer kommt jetzt digga du hast soundcloud flügel ich krieg ein bounce pad zum kämpfen das hat auch funktioniert sehr schön nichts hat ihn getroffen du flügelnuss ja ja hier frisst pizza nichts getroffen nice so mal cooldowns runtersetzen hier schnauze halten schureckens fuck ich hasse diese flügelnuss das ist wie die galio ulti du stehst einfach nur da und musst zu sehen wie du einsteckst natürlich weicht er genau dann aus so what fuck you da boing ich werde dir das gesicht zerbeulen ja gesichtsbeule ja pizza ouch aua yeah scheiße ich bin so weit von ihnen entfernt und wingnut dreht weiter durch ja und alter auf letzter sekunde hier ab pizza davor könntest du ein dutzend essen alter ich hasse wingnut ey oh du flugradde ah oh leo oh der hält hab ich ihn ge ich kann ihn da raus blocken alter wie cool ja nice viel leider nicht mehr das wäre cool gewesen wenn es funktioniert hätte die musik von dem vier ist aber verdammt cool generell die musik ist ja geil ich krieg's pizza jetzt ja schön ich kann ihn da raus blocken einfach raus kontern okay jetzt hättest du die fresse man ich kann mich nicht bewegen ja sehr schön leo hat das leo macht dann aua deine blöden satelliten ey hast du nicht getan nice sache super schlechte bewertung aber nice so erstmal einkaufen wir können ja schließlich ein dutzend davon essen ihr müsst euch auf die außenwelt gefasst machen denn sie birgt viele gefahren ich weiß man wir haben mal sowas hier ich glaube an euch meine seite ja warte wenn du an mich glaubst dann lass mich nochmal in die tonne sekunde ihr müsst euch auf die außenwelt gefasst machen denn sie birgt viele gefahren überwiederbelebungspitze ich glaube das ist gar nicht mal so doof ich werde über euch wachen meine kinder ja ja wach mal wach mal wach mal lach mal komm mal her so wir haben ninja braut wir haben wingnut und wir haben slash nochmal bekämpft slash hätte ich jetzt jedoch nicht gedacht dass wir gegen ihn nochmal kämpfen müssen einundsechzigster stock ja mensch ne ich ist ja nicht so als wäre das hoch oder so ich muss schon zugeben cranny ist ziemlich clever auf teuflische Art und Weise ja doch irgendwo nicht nötig kriegen wir hin dance move ja dutzend halt die bangen jetzt yeah keine cooldowns mehr cooldowns sind uncool kann warte mal kann ich ich kann die kameras einfach kaputt machen wow das okay hätte ich das mal früher gewusst hätte ich das mal früher probiert oh wer denn wer denn jetzt noch oh klasse ausgerechnet der drogsteady All den Jahren schon verprügelt. Anscheinend noch nicht genug. Wap, 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 wap. Na gut, er ist nicht so nervig wie Wingnut. Wap, 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 wap. Etwas Hilfe. Jax. Aber shit, hält der viel aus. Alter, war weiter. Was ist denn was hier? Wow, okay. Ich hab's begriffen, du magst das nicht. Hier. Jax. Gut, dann mach ich das halt. Allein schon. Ich mach halt. Aua. Ich hab's ja den ganzen Kudaus schon verbraten. Scheiße. Okay. Äh, nee, Don. Leo. Hier, up here. Scheiße, ich hab's vergeigt. Ja. Einfach geblockt, seine Scheiße. Was willst du eigentlich? Aua. 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 Danke für das Raketengeschwitzt. Was ist das denn? Sicher? Ich meine, es ist nur ein Sammelobjekt. Ich meine, es ist schön und cool, aber... Ne? Hä? Da ist die Tür. Wer packt die denn jetzt an die Seite? Das ist die Irritierung. Yo, what up, bitch! Alter! Kloppt ihr die Scheiße aus mir raus? Gibt's nicht. Yeah! Ein Dutzend. Ich weiß nicht, ich fühle sie mir zu geil, wenn die Leute hier ein Dutzend sagen. Ich glaube, ich möchte mal den letzten Eintens dann doch lieber erstmal sicherheitshalber behalten. Mit wem liegt ihr euch da? Achso, da ist gar keiner mehr. Doch, die Kamera! Scheiße! Oh! Kabut! Geburtski! Dieser Angriff ist eigentlich ganz nice. Erinnert mich mal dran, dass ich Charmageddon dafür danke hier, Sharkmadon. Apropos Sharkmadon. Ach du Scheiße, den Tiefen gibt's ja auch noch. Ihr habt alle eure fucking Cooldowns verbraten. Ich bin nicht in der Stimmung für Spielchen. Na gut. Halber Panzer voller Spaß. Alter! Zähne. Es sind nur hunderte Zähne. Es wird Zeit, ein paar von ihnen zu ziehen. Ratatatatata! Ein bisschen Damage. Wieso hat der überhaupt seine eigene Tonne hier? Und go! Feuerbomben! Richtig spuck. Spuck einfach. Juhu! Halber Panzer voller Spaß! Ganz schlechter Tag um dich mit mir an... Dropkick! Dance Moves! Super Effekt! Hahaha! Hat er einfach gerade den Night Fever gemacht? Ich glaube ja. Und ich hab's schon wieder vergeigt. Da krieg ich's jetzt mittlerweile hin... ...seine Scheiße zu dodgen. Sogar Perfect Dodge und ich... ...bestes Essen aller Zeiten. Los geht's! Yeah! Gib ihm! Sehr schön, Max GP wieder. Nein, nicht Zombie-Modus. Autsch! Ich kann dir gerade nicht helfen, du bist... Alter, wo bist du? Wie soll ich dir da helfen? Ja, was soll ich denn tun, wenn er sich in... ...in Gloob... ...beschäftigt? Aua! Ich kann dir da nicht helfen in der Pampe! Was erwartest du von mir? Wow! Lass mich los! Ah, nein! Okay. Zack, geht doch. Richtig, einer ist noch am Pizza fressen. Zwei sind noch am Pizza fressen. Ey, das sieht so doof aus jedes Mal. Wenn ich mal welche hab, Bitch. Ähä! Wo? Ach, da ist die Tür. Da ist die Tür. Wieso krieg ich hier undauernd Achievements für nichts? Für nix und wieder nix. Ein Ninja muss auf alles vorbereitet sein. Juuu! Deswegen nimmt ein Ninja auch ne tragbare Kanone mit. Und den... ...noch in Überlebenspizza, nur um sicher zu gehen. Ich weiß nie, wann man wieder zum Einkaufen kommt. Ja, das sag ich als Einzelhändler auch oft. Lass Gehächtigkeit in dieser Stadt, Mann. Juhu! Super-Schuriken find ich immer noch am coolsten. Ach, da habt ihr noch jemanden? Ich dachte, wir wären da fertig mit euch. Komm jetzt nur noch diese Explosiv-Dinger. Das wär super... Oh, kacke, ein großer. Tuttle-Time! Oh, shit, Mann. Heel up, hier! I got you in my Schlecht! Sehr schön. Ouch! Schnutenhalten jetzt. Oh! Hi! Ich bin nicht in der Stimmung für Spielchen. Boom! Durchbruch. Autsch. Die wollte ich eigentlich nicht hier benutzen, aber... Ja, gut. Hier, habt Bomben. Habt Spaß damit. Das ist erstaunlich effektiv an normalen Gegnern. Zack! Niedergeknüppelt. Ach, noch mehr von euch. Jeix! Ich werde dir das Gesicht zerbeulen. Ich errechne eine Chance von 85 Prozent, dass ich einfach will. Nichts ist mehr aktiv. Das ist... Ach, du Scheiße. Alter, Konfusion ist ja mal übel und cool. Nö. Alter, habt ihr gesehen, wie viel Schaden dieser Haiangriff gerade gemacht hat an dem Kerl? Krank. Krank, geil. Virus Bombe, ja. Und noch ein Boss. Give me a break. Also viele haben wir nicht mehr. Ach, hey, Bebop. Boah, ja. Gib ihm. Immer noch. Die Musik, Leute. Wenn euer Spiel einen super Soundtrack hat, dann habt ihr bei mir sowieso gewonnen. So oder so. Aua. Drumkick. Hier kommt Donnie. Ja. Nächster. Autsch. Äh, Leute. Ja. Ich glaube, ich habe ihn mit irgendwas getroffen. Erstmal ein Stück Pizza. Ein Dutzend. Wie lieb es, wenn er das sagt. Ohne Scheiße. Wie lieb es, wenn er sagt ein Dutzend. Alter, nice. Ja, ist gut. Bin doch da. Ist alles cool. Los, Turret. Mach ein Dutzend Schaden. Wupp, 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 wupp. Super Bomben. Danke. Alter, überall liegt der Sprengstoff. Ich habe das Gefühl, ich kann meine Kollegen damit treffen und das will ich gar nicht. Ja, kein Ding. Aua, sagt er und kriegt auf die Nase. Oh, wo springt ihr hin? Das wollte ich nicht. Das ist nie, Alter. Doch, das ging mir hin. Das brauchen nur Mikey und mich. Oh, shit. Hier, lebe. Köder. Er fällt sogar drauf rein. Nice. Autsch. Okay. Oh, der stinke. Genug getreut. Yo. Das war awesome. Und dich haben wir auch. Ey, auch Superhirne wie ich brauchen ab und zu etwas Hilfe. Alter. Lass mich hier jeden Boss nochmal machen. Ich glaube, es geht... Au. Lass mich hier jeden Boss nochmal machen. Ich glaube, es geht los. Weng, 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 weng. Naja, immerhin darf man nach jedem Boss shoppen gehen. So ist es ja nicht. Das ist praktisch. Der Krieg beginnt lange, bevor die erste Schlacht geschlagen wird. Er ist sicher, dass da nichts fehlt. So, jetzt fehlt nichts. Wir haben Supergeschütze. Und jetzt ist alles gut. Und da... Ach, du Scheiße. Ja, nee, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye-bye.